Ja, vielen, vielen Dank Martin und Anja für die einleitenden Worte. Mein Name ist Wolfgang Stahl, wie gesagt, langer Titel, ganz kurz gesprochen, Partnermanagement für den Bereich Online-Kaufen, die alle Themen drumherum. Und ich freue mich sehr, dieses Panel hier moderieren zu dürfen. Und lassen Sie uns einfach mal direkt einsteigen. Das Thema ist ja angekündigt worden mit einem Klick zum Fahrzeugkauf. Ist das wirklich real? Gibt es das? Vorweg gesagt, ja, das gibt es. Interessanterweise vor einem Jahr hier auf der Moor 2022 von mobile.de angekündigt, ist es seit einem Jahr live und ich freue mich herzlich, Ingo Pläts als Leiter Händlergeschäft begrüßen zu dürfen, um mit ihm einfach die ersten Erfahrungen nach einem Jahr mit Ihnen auszutauschen, wie funktioniert es und was sind die Vorteile für den Handel. Also erst mal Ingo, ich übergebe an dich, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und mal fangen wir mit der ersten Frage an, die ist eher allgemein. Der Martin hat das eben sehr schön gesagt. Tag 1 der Stunde warst du dabei. Und wieso bist du einer der Schlüsselfiguren im Bereich Online-Kauf? Ja, vielen Dank, Wolfgang. Und erst mal herzlich willkommen hier vor Ort und natürlich auch digital im Livestream. Wir wissen, dass sehr viele von Ihnen auch digital einschalten. Ja, ich gehöre zu dem Kernteam, das den mobile.de Online-Kauf vor etwa eineinhalb Jahren entwickelt hat und dann im September vergangenen Jahr an den Start gebracht hat. Und ich bin mit meinem Team zusammen verantwortlich dafür, dass wir viele, viele Händler für den Online-Kauf gewinnen, begeistern und was ganz wichtig ist, am Ende des Tages auch dauerhaft zu loyalen Partnern machen. Und ja, da freue ich mich darauf und freue mich, dass ich heute hier was zum Thema Online-Kauf Ihnen näher bringen kann. Ja, vielen Dank, Ingo. Ingo, häufig die Frage, die auch an mich jetzt gerichtet worden ist in diesen Tagen, ist immer wieder, welche Zielgruppe, welche Kunden erreichen wir eigentlich? Und jetzt hast du ja ein Jahr gesagt, haben wir Erfahrungen? Kannst du da mal ein bisschen näher eingehen, welche Kunden wir wirklich erreichen mit dem Produkt? Ja, absolut. Um da mal direkt einzusteigen, zum Thema Zielgruppe vielleicht eine Frage, die sich viele vorwegstellen mit dem Produkt Online-Kauf. Warum sollen wir eigentlich einsteigen? Was bringt uns das denn als Autohändler? Und die klare Antwort ist darauf, dass Sie einen zusätzlichen Verkaufskanal bekommen. Sie kommen an eine Kundengruppe heran, die sonst nicht den Weg ins Autohaus geht. Aber fangen wir mal der Reihe nach an, Stück für Stück. Ja, wir haben auch Menschen aus der klassischen Inseratszielgruppe dabei. Das beste Beispiel, was ich immer gerne bringe, den 45-jährigen Familienvater, der am Sonntag von der Couch aus ein Auto online bestellt, über Online-Kauf, anstatt zu ihm ins Autohaus zu gehen, weil er im Nachbardorf wohnt. Das gibt es, das kommt vor. Das ist aber nicht die Regel. Darüber hinaus haben wir in Deutschland weites Einzugsgebiet. Wir werden oft vom Handel gefragt, ja, wohin verkauft ihr denn die Autos? Werden die am Ende doch nur ins Nachbardorf verkauft? Oder die Region, die wir abdecken, 50, 100 Kilometer, das können wir auch ohne Online-Kauf. Die klare Antwort darauf ist, wir sind deutschlandweit mit dem Einzugsgebiet, mit dem Online-Kauf vertreten. Und um Ihnen das mal greifbarer zu machen, wenn wir die Zahlen heranziehen, die Erfahrungswerte, die wir haben, dann sind wir bei 400 Kilometer durchschnittlicher Distanz vom Standort des Fahrzeugs beim Händler bis zur Wohnadresse des Kunden. Und daran sehen Sie schon, dass Online-Kauf eben nicht nur regional oder überregional ist, sondern deutschlandweit stattfindet. Und der dritte und ich würde sagen wichtigste Teil ist die Zielgruppe der sogenannten Digital Natives. Das sind Menschen, die inzwischen jenseits der 30 sind und auch in der Lage sind, für einen gebrauchten, für einen jungen Gebrauchten 30.000 Euro und mehr zu bezahlen. Und sie tun das auch. Und sie tun das mehr und mehr online. Das sind Menschen, die sagen, Probefahrt brauche ich nicht. Ich habe mir alle Informationen zum Fahrzeug auf meinem Smartphone angeschaut. Ich habe 20 Fotos gesehen. Ich habe alles, was ich wissen muss. Ich kaufe das Auto aufgrund des Inserates online. Und diese wachsende Kundengruppe erreichen Sie mit dem Online-Kauf. Und das ist auch der Grund, warum die Zahl der Menschen, die in dieses Produkt einsteigen, auch die Zahl der Händler, wächst und wächst. Ja, vielen, vielen Dank, Ingo. Ingo, mal aus Sicht des Handels gefragt. Wenn du jetzt aus dem Handelspartner-Gesichtspunkt fragen würdest, was sind denn so die Vorteile, die du jetzt mal grundsätzlich zu dem Produkt... Du hast die Zielgruppen angesprochen, also mehr Reichweite. Aber wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurückgehst, was sind denn andere Vorteile oder die eigentlichen wichtigen Vorteile, die du auch noch siehst aus Sicht des Handels? Ja, also sehr gerne. Neben dem zusätzlichen Verkaufskanal, den Sie da mitbekommen, haben Sie vor allen Dingen die Möglichkeit, im Fahrersitz zu sitzen, wie wir das nennen. Was heißt das für Sie? Das heißt nicht weniger, als Sie steuern Ihren Bestand aktiv, in welchem Kanal Sie welche Fahrzeuge geben. Das heißt, Sie haben die Hoheit darüber, welches Fahrzeug Sie für den Online-Kauf freigeben. Und dasselbe gilt übrigens auch für den Preis im Online-Kauf, dass Sie den Preis selber festsetzen können. Heißt, Sie haben hier die volle Hoheit, Sie haben die Freiheit zu entscheiden und unten eingeblendet nicht ganz zu vernachlässigen. Sie haben auch keinerlei Fixkosten. Der Online-Kauf dieses Produkts ist rein erfolgsbasiert. Gerade in diesen Zeiten stellen sich viele Autohändler die Frage zurecht, wie behalten wir die Kosten im Griff, dass die nicht aus dem Ruder laufen. Und da ist der Online-Kauf ein Produkt, was Sie dabei unterstützt und eben keine Fixkosten verursacht. Ja, vielen, vielen Dank, Ingo. Wie gesagt, ich denke, der Begriff Fahrersitz, den muss man nochmal hier betonen. Denn wirklich, es ist ein Modell, wir verkaufen zwar die Autos, aber am Ende heißt es, Sie entscheiden im Hintergrund genau, welche Autos zu welchem Preis und ein paralleler Verkaufsvertrieb. Aber lassen wir uns nochmal tiefer gehen, Ingo. Skizzier doch mal, wie funktioniert eigentlich der Online-Kauf? B, auch immer wichtig für den Handel, welchen Aufwand hat er? Bedeutet das neue Personal, das er einstellen muss? Vielleicht kannst du hier auch mal Einblicke geben. Ja, absolut. Wichtige Frage. Vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage. Zuerst an, brauche ich als Autohändler zusätzliches Verkaufspersonal? Die Antwort ist ganz klar, nein, das brauchen Sie nicht. Alle unsere Online-Kaufpartner arbeiten mit dem vorhandenen Team aus Verkauf und Disposition. Und der Online-Kauf, das ist auch sehr gut, integriert sich in Ihre vorhandenen Verkaufsprozesse. Wir haben das hier mal auf der Darstellung in drei Schritte eingeteilt. Schritt eins ist die Inseratserstellung. Da werden wir immer wieder gefragt, was muss ich denn tun? Die klassischen Inserate sind die Basis. Danach wird das Inserat um Zusatzinformationen ergänzt und angereichert. Ich mache Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Wenn ein Kunde ein Fahrzeug kaufen möchte und wir hier über eine reale Transaktion sprechen, dann ist es wichtig, dass er im Vorfeld alle relevanten Informationen hat. Nehmen wir das Thema Autovermietung. Die Herkunft Autovermietung, ja oder nein, muss mit angegeben werden. Das wird in das Inserat integriert. Der letzte Schritt ist dann, dass das Inserat durch unser Team geprüft wird und dann direkt online ist. Damit kommen wir schon zum Schritt zwei der Kundenbestellung. Der Kunde bestellt das Fahrzeug online auf mobile.de. Ganz wichtig dabei, wir qualifizieren alle Bestellungen vor. Wir machen die Finanzierungsvoranfrage. Wir kontaktieren die Kunden, sodass wir am Ende des Tages Ihnen als Händler Verkäufer andienen, also das Fahrzeug bei Ihnen kaufen, die entsprechend vorqualifiziert sind. Im dritten Schritt folgt dann die Auslieferung, beziehungsweise ich würde es eher umschreiben als Verkaufsabwicklung. Alles, was nötig ist, um den Kauf abzuwickeln. Wir arbeiten dann mit dem Partner DAD Groschke zusammen, der Ihnen sicherlich wohl bekannt ist. Und wir geben das Fahrzeug in die Zulassung. Sie bringen die Kennzeichen am Fahrzeug an. Und zum vereinbarten Zeitpunkt wird das Fahrzeug dann von einem Fahrer abgeholt und auf der eigenen Achse zum Endkunden überführt. Das ist ein Prozess, der sich inzwischen nach über einem Jahr eingespielt hat. Sehr gut funktioniert. Und wie heißt es mal so schön? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Jetzt sehen Sie hier den Gesamtprozess dargestellt. Ich zeige Ihnen gleich mal zwei Inserate nebeneinander. Einmal ein klassisches Inserat und ein Online-Kaufinserat. Und da werden Sie dann sehen, dann wird das Ganze schon ein bisschen plastischer. Wie sieht das auf mobile.de aus? Also das klassische Inserat auf der linken Seite kennen Sie alle. Das Online-Kaufinserat hat übrigens Thema Preissetzung. Den identischen Preis ist ergänzt um die Zusatzinformationen. Und die Kunden können dann direkt auf mobile.de das Fahrzeug kaufen. Ingo, eine Zwischenfrage möchte ich dennoch stellen, weil es kam ja immer die Frage vom Handel. Ja, das Übertragen der Daten. Wie können wir das machen? Da hat sich ja auch eine Neuigkeit ergeben. Zur Datenschutzstelle. Möchtest du da kurz noch was zu sagen? Absolut, ein neuralgisches Thema im Handel. Zu Recht, da wurden wir oft darauf angesprochen. Es kamen viele Forderungen. Thema Daten, wie funktioniert die Datenübertragung. Wir können sagen, dass wir inzwischen die Datenpunkte für Online-Kauf in der Seller-API haben. Das heißt, die Anbindung über die Schnittstelle von Ihrem jeweiligen Datendienstleister ist möglich. Da gilt dann, wie so oft, sprechen Sie mit Ihrem Datendienstleister. Da gibt es eine große Vielfalt darunter. Und wir wissen auch aus den Gesprächen, einige Datendienstleister haben das Thema jetzt schon umgesetzt. Andere sind kurz davor, das umzusetzen. Und ja, das erleichtert natürlich die Zusammenarbeit im Bereich Online-Kauf. Vielen, vielen Dank, Ingo. Ganz schnell zur nächsten Frage. Welche Fahrzeuge? Was sagst du oder das Team hier? Welche Erfahrungen haben wir da? Was macht Sinn? Was würdest du empfehlen, wenn der Handel fragt, welche Autos? Ja, also klare Antwort. Wir fokussieren uns auf das Segment der jungen Gebrauchten. Ansonsten schließen wir wenig aus. Also ganz egal, ob es Vorführwagen sind, Tageszulassungen, Leasingrückläufer in Zahlungnahmen. Wir vermarkten für Sie die ganze Palette der Fahrzeuge. Und Sie sehen die harten Kriterien hier eingeblendet. Wir gehen bis zu vier Jahren. Wir haben eine Laufleistungsgrenze. Da ist ein Großteil des Bestandes von jungen Gebrauchten vermarktbar für die Autohändler. Ganz wichtig noch das Thema Unfallfreiheit. Wir arbeiten mit unfallfreien Fahrzeugen und auch mit aufbereiteten Autos. Wobei in dem Segment der jungen Gebrauchten in aller Regel bei den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, der Großteil der Ware ohnehin aufbereitet wird und für die Endkunden aufbereitet wird. Gut, vielleicht noch ein Erfahrungswert, weil wir da auch oft darauf angesprochen werden, was vermarkten wir denn am Ende für Fahrzeuge? Ja, wir gehen bis 70.000 Euro. Aktuell liegt jedoch der Durchschnittspreis bei den verkauften Fahrzeugen im Bereich von 26.000 Euro. Das kann schwanken, das kann sich noch verändern, wenn sich unser Bestand verändert. Aber nur, um Ihnen da mal eine konkrete Zahl auch aus der Praxis zu geben. Vielen Dank, Ingo. Ingo, zur nächsten Frage. Jetzt sind wir ja zwölf. So ein Produkt wird entwickelt, wird aufgesetzt, geht in den Markt. Und wir müssen da schon zusagen, dass das Produkt auch gestartet ist. Und es geht auch um die Fragestellung, was sind denn die bisherigen Erfahrungen auch in der Zusammenarbeit mit dem Handel? Vielleicht kannst du da auch mal einen Einblick geben. Und gibt es vielleicht auch konkrete Feedbacks vom Handel? Ja, auf jeden Fall. Das werden wir, wie soll ich sagen, das werden wir nicht verschweigen. Online-Kauf in der Zusammenarbeit mit dem Handel heißt auch, es wird gemeinsam entwickelt. Wir haben mit vielen Partnern auch in Pilothändler-Workshops zusammengearbeitet. Wir haben klares Feedback bekommen. Ich muss ganz offen sagen, zum Teil auch hartes Feedback. Wir sind froh darum und wir haben daraus gelernt. Und das ist in die Produktentwicklung eingeflossen, um das Produkt Online-Kauf noch besser zu machen. Auch wenn wir alle wissen, wenn ich jetzt hier auch die mobile.de-Kollegen angucke, die aus unserem Team sind, dass wir sicherlich noch besser werden wollen mit dem Produkt. Kommen wir mal zu ein paar konkreten Beispielen. Was haben wir für Erfahrungen gesammelt? Ein Beispiel ist das Thema Finanzierungsvoranfrage. Wir haben doch relativ schmerzhaft zum Start lernen müssen, dass es sehr, sehr wichtig ist, zuerst die Finanzierungsvoranfrage zu machen, bevor wir die Kaufanfrage, den Kauf, dem Handel geben. Und wir haben da einiges an den Prozessen optimiert. Und wir sind inzwischen auf einem Level, wo wir sagen können, wir können Ihnen guten Gewissens die Käufe geben. Die sind eben entsprechend vorqualifiziert. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist eine Frage, die der Handel oft stellt. Die Angst zum Teil. Die Sorge vor einer hohen Quote von Rückgaben von Fahrzeugen. Also physische Rückgaben. Da existiert das, kann ich total nachvollziehen. Wir alle verstehen, dass es dem Handel, dass es ein sensibles Thema ist, die Sorge, dass ein Fahrzeug, was zugelassen, ausgeliefert und an den Endkunden übergeben wurde, dann innerhalb der Widerrufsfrist wieder zum Autohaus zurückkehrt. Da können wir sagen, wir haben es in absoluten Zahlen gemessen, nach über einem Jahr sind wir da im niedrigen zweistelligen Bereich von physischen Rückgaben. Heißt also, ja, es ist ein Thema, was viele beschäftigt. Die Praxis zeigt, dass das nichts ist, wo sich jemand im Bereich Online-Kauf dann am Ende des Tages Sorgen machen muss. Und der dritte Teil betrifft die Händler-Loyalität. Das ist etwas, wo wir positive Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben eine sehr, sehr hohe Quote von Händlern, die dauerhaft mit uns zusammenarbeiten. Da sind wir auch stolz drauf. Und die Anzahl oder Quote der Händler, die tatsächlich uns im Bereich Online-Kauf den Rücken kehren mit dem Produkt, die ist sehr, sehr gering. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht von Händlern, mit denen wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Zwei Statements, einmal von der Faeser-Graf-Gruppe, von der Katrin Faeser und anderen von Sven Agenegger, von der Schneider-Gruppe. Ich denke, das kann jeder für sich lesen. Da ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit dort entstanden. Und das ist etwas, wovon wir gegenseitig auch profitieren im Bereich Online-Kauf. Und da sind wir stolz drauf. Vielen Dank. So, Ingo, jetzt hoffe ich natürlich, dass viele Zuhörer uns sagen, lass uns das auch mal testen. Nach einem Jahr müsste ja da viel passiert sein. Ist auch viel passiert, wie du ja ausgeführt hast. Was muss jetzt ein Handelspartner tun, damit er uns starten kann? Und gibt es auch so etwas wie eine Testphase? Kannst du da was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also, starten geht relativ schnell und unkompliziert. Sie schicken uns eine kurze E-Mail. Ich blende gleich die Kontaktdaten ein. Und dann können Sie uns sagen, Sie möchten eine Nutzungsvereinbarung für den Bereich Online-Kauf haben. Der nächste Schritt ist dann schon direkt das Onboarding. Das heißt, Sie nehmen sich eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde Zeit, um uns gemeinsam über die Verkaufsabwicklung auszutauschen, über die Zusammenarbeit, die Kontaktpersonen, die da im Bereich Online-Kauf wichtig sind. Und danach bringen wir Ihre Fahrzeuge live, sobald Sie uns entweder über die Schnittstelle oder über andere Möglichkeiten dann mitteilen, welche Fahrzeuge für den Online-Kauf online gehen sollen. Und mehr ist das am Ende des Tages nicht. Und Sie sehen hier die Namen eingeblendet. Wir sind auch vor Ort. Also für diejenigen, die hier heute in Hannover sind und Interesse haben, sprechen Sie uns gerne vor Ort an. Ansonsten finden Sie uns digital selbstverständlich. Über alle Kanäle können Sie uns kontaktieren. Und wir haben aktuell auch ein Startangebot. Da sprechen Sie uns gerne darauf an, dass Sie auch den Online-Kauf risikolos nutzen können. Ja. Vielen, vielen Dank, Ingo, für deine Ausführungen. Und ich denke, du möchtest noch kurz was sagen zum Publikum. Ja, ich möchte mich vor allen Dingen bedanken. Also einmal bei allen aktiven Online-Kauf-Partnern, mit denen wir jetzt ja schon über ein Jahr zusammenarbeiten. Aber auch dem ganzen Online-Kauf-Team, was dahinter steht. Ich hatte es eingangs gesagt, ich stehe hier stellvertretend für ein ganzes Online-Kauf-Team. Und ich bedanke mich bei allen, die hier vor Ort sind und auch die im Livestream zugeschaut haben. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Ingo. Also, das heißt, die erste Frage ist beantwortet. Bei mobile.de können Sie tatsächlich mit einem Klick ein Auto kaufen. Das geht. Und Sie auch verkaufen. Der zweite Punkt ist aber, wie geht die Online-Kaufreise eigentlich weiter? Es wurde ja heute schon am Anfang viel gesagt dazu. Aber ich denke, lassen wir doch mal denjenigen sprechen dazu, der dieses Thema bei uns fährt dafür und verantwortet im Team. Andreas, willkommen auf der Bühne. Berichte den Blick nach vorne und gib einen Eindruck. Aber bevor du das tust, stell doch mal ganz kurz vor, was du bei mobile.de konkret verantwortest. Ja, danke Wolfgang. Danke für die Intro. Auch hallo von meiner Seite hier und digital. Andreas Basigos mein Name. Ich verantworte den Geschäftsbereich, eher das Vorhaben Digital Retail bei mobile.de. Habe auch eine kleine Vergangenheit mit dem Online-Kauf. War dort früh schon in der Produktentwicklung mit involviert. Und auch bis zuletzt im Business Development. Und letztlich darauf aufbauend, jetzt dann auch zuständig für die Weiterentwicklung oder letztlich Neuentwicklung. Ja, vielen, vielen Dank. Nächste Frage. So, wie geht es denn jetzt rund um das Thema Online-Kauf weiter? Wie glaubst du, verändert sich denn eigentlich der Autokauf im digitalen Vertrieb noch weiter? Genau. Bevor wir vielleicht jetzt in die Zukunft schauen, noch mal einmal ein ganz kleiner Blick zurück. Mit Online-Kauf haben wir einen ersten Schritt in den digitalen Kaufprozess gemacht. In das Digital Retail. Und den Ansatz, den wir hier verwählten, war wirklich die gesamte Kauferfahrung ins Digitale zu heben. Wir haben es gerade von Ingo eindrücklich gehört. Digitaler Kaufabschluss, Registrierung, Auslieferung, alles online, alles von der Couch. Mit dem Ansatz haben wir wirklich ein Premium-Produkt etabliert und haben auch im Markt und arbeiten ja sehr erfolgreich da schon mit einigen von Ihnen und euch zusammen. Und haben letztlich das Produkt, und das ist hier auch ganz nett visualisiert auf der Folie, an der Stelle mal einen kleinen Dank an das Marketing-Team für diese nette Visualisierung, am Ende des Spektrums im Digital Retail-Raum etabliert. Und im nächsten Schritt wählen wir jetzt einen etwas anderen, einen weiteren Ansatz. Hierfür schauen wir uns, ehrlich gesagt, salopp gesagt, vom klassischen Inserat aus an. Was sind denn jetzt die Schritte früh im Prozess, die es zu digitalisieren geht, um von dort aus dann sukzessive und vor allem modular verschiedene Produkte oder vielleicht auch verschiedene Ausbaustufen des Produktes zu ermöglichen, um, um das jetzt auch mal sehr bildlich zu formulieren, sowohl die Kunden als auch unsere Partner und die Händler in den Digital Retail-Raum zu heben. Ja, jetzt hast du sehr oft, ich meine, auch heute, gestern schon oft, es fällt dir immer wieder der Begriff Digital Retail, Digital Retail, mal ganz konkret, wofür steht das eigentlich und was siehst du da persönlich hinter? Ja, wir haben es wirklich oft gehört. Ich war auch überrascht, wie häufig es wirklich auch in den einzelnen Gesprächen schon zum Thema kam. Generell bezeichnet die Begrifflichkeit der Begriff nur die Digitalisierung des Kaufprozesses, beziehungsweise Elemente des Kaufprozesses zu digitalisieren. Ehrlicherweise gibt es, glaube ich, gar keine richtige offizielle Definition dafür. Und gerade wenn wir jetzt auch in den Markt schauen und die letzten Monate im Markt und den Bewegungen, gibt es damit unter sehr unterschiedliche Interpretationen, was das jetzt genau bedeuten kann. Folglich, wie verstehe ich es? Und das ist hier auch, habe ich schon vergessen, auf die Slide zu drücken. Danke sehr. Das Stichwort Modularität. Also als langfristiges Vorhaben modular den gesamten Kaufprozess zu digitalisieren, um den individuellen Bedürfnissen sowohl auf Handelsseite als auch auf Kundenseite zu begegnen. Letztlich stellen wir uns ein bisschen vor, Baukastenprinzip, gerade aus Konsumentensicht, ich kann mir auswählen, welchen Schritt ich online mache, welchen ich offline mache. Während wir auf der Deep Dive Stage sind, können wir uns auch einmal on Detail diese individuellen Bedürfnisse oder auch individuellen Möglichkeiten mal anschauen. Was bedeutet das? Auf Konsumentenseite, da bin ich ganz ehrlich mit Ihnen, die Anforderungen oder die Bedürfnisse, die sind jetzt nicht super neu, die kennen wir. Die kennen wir auch aus Jahren jetzt mit dem Online-Kauf und dem Research, den wir da mit den Konsumenten und Kunden gemacht haben. Jeden Schritt, den ich als Konsument online mache, den mache ich aus Komfort und dann will ich den eben einfach und sicher, Stichwort Vertrauen, durchlaufen. Da sind eben manche schon bereit, das voll end-to-end, voll digital zu gehen, manche eben noch nicht. Ganz einfaches Beispiel oder salopp gesagt, wenn wir uns anschauen, für viele ist der Fahrzeugkauf und auch der Gebrauchtwagenkauf eine der größten Transaktionen im Leben. Und folglich ist es sehr individuell, der eine will dann vielleicht nochmal eine Probefahrt machen, doch die andere will vielleicht nochmal ein Beratungsgespräch auch zum Kontext Finanzierung haben. Das ist entsprechend sehr individuell und hier kommt diese Modularität entsprechend ins Spiel, um individuell das Kundenerlebnis zu vereinfachen und damit gesamtheitlich die Zufriedenheit zu erhöhen. Wie ist das quasi auf Handelsseite, wie begegnet man dem auf Handelsseite? Hier nochmal einen Schritt zurück, ganz generell kann man glaube ich sagen, je näher der Lead, der Interessent, der Kunde an der Transaktion ist, umso besser. Um es noch einfacher zu sagen, ich zitiere aus einem Gespräch gestern, Andreas, wir wollen einfach Auto verkaufen. Und ich glaube, so einfach kann man es auch lassen und wenn man das jetzt entsprechend verbinden will mit den individuellen Bedürfnissen, die wir auf Kundenseite haben, kommt diese Modularität wieder ins Spiel, aber kommen auch andere Faktoren wie das Thema Daten. Da hatten wir jetzt gerade ja vor einer Stunde einen sehr eindrücklichen und guten Slot von Brian Pesch genau zu dem Thema. Tools und natürlich langfristig auch wieder Services. Also wenn wir uns dann wieder tiefer im digitalen Kaufprozess befinden, dann spielen natürlich auch Services wieder eine Rolle. Alles mit dem Ziel, Vorqualifizierung höhere Lead-to-Sale-Conversion-Rate als Stichwort. Oder um es noch einfacher zu sagen, und da zitiere ich gerne ein paar Kollegen, auch gerne den Ingo als ein Fußballfan bei uns im Team, zu vergleichen mit 90. Minute, leeres Tor und ich muss da noch einschieben oder darf einschieben. Ja, sehr gutes Beispiel. Ganz konkret jetzt, das war in der Sichtweise so allgemein auf dem Markt, dass es da unterschiedliche Kundenbedürfnisse gibt, auch im Bereich, wie digital will ich gehen. Aber jetzt konkret, wie sieht es denn jetzt bei das Digital Retail, bei Mobile Idee aus? Genau, wir haben jetzt relativ lang oder ausführlich über den langfristigen Aspekt quasi die Vision von Digital Retail gesprochen. Und gerade wenn wir jetzt auch nochmal diesen letzten Gedanken auffassen von gerade eben und verbinden mit dem Online-Kauf, was wir hier jetzt nicht ermöglicht haben oder zur Verfügung stellen, ist finale Verkäufe, finale Transaktionen. Und da ist ein stetig wachsender Teil, gerade auf Konsumentenseite bereit, aber eben nur ein Teil. Und demnächst, und das sehen wir übrigens nicht nur bei uns, das sehen wir auch im nationalen und auch im internationalen Kontext, gerade auch, wir haben ja heute und gestern auch viel zum Thema Markt und Marktentwicklung in den USA gehört. Versuchen wir entsprechend jetzt einen anderen Ansatz zu wählen und wieder vergessen. Und konzentrieren uns nämlich jetzt auf die frühe Phase des Kaufprozesses, wollen da letztlich einen neuen Startpunkt definieren, der dem Volumensegment des Marktes einen einfacheren, einen leichtgewichtigeren Einstieg ermöglicht, ohne voll End-to-End gehen zu müssen. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf die frühen Phasen des Kaufprozesses. Das können hier ein paar Beispiele sein. Thema Lead-Daten, also welche Daten sammeln wir eigentlich ein? Was können wir da von heute schon auch früher im Prozess abfragen? Und wo platzieren wir die auch letztlich? Also wenn wir jetzt diese ganzen Daten sammeln, wo platzieren wir die denn beim Handel? Wo sind die denn und wann sind die denn zur richtigen Zeit und zur richtigen Ort auch dort? Um dann ultimativ das als Startpunkt zu definieren und von dort aus dann sukzessive mit weiteren Elementen, wie zum Beispiel auch das Thema Finanzierung, das dann, wenn wir uns sozusagen das bildlich vorstellen, im Kaufprozess weiterzugehen, den Verkaufsprozess weiterhin zu digitalisieren, modular. Jetzt hast du ja richtig ausgeführt, wir stehen am Anfang in dieser erweiterten Reise. Aber was sind jetzt konkret die nächsten Schritte? Ja, die Frage habe ich auch die letzten anderthalb Tage sehr oft bekommen. Und ich weiß, Sie würden gerne jetzt von mir ein finales Produkt vorgestellt bekommen haben. Da muss ich noch ein bisschen um Geduld bitten, beziehungsweise um Ihre Mitarbeit. Wir haben einige Konzepte auf dem Tisch liegen und die wollen wir jetzt entsprechend mit dem Markt und im Markt vertesten. Und wir haben bereits sehr, sehr gute Erfahrungen im Online-Kauf schon gemacht, den Handel und unsere Partner frühzeitig in diesen Produktentwicklungsprozess zu involvieren. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie oder ihr Lust habt, gemeinsam mit uns diesen neuen Startpunkt, dieses leichtgewichtigere Produkt zu entwerfen und uns dann quasi gemeinsam auf die Reise zu machen, in Richtung Rich Retail und vielleicht dann schon nächstes Jahr hier auf der Moor berichten zu können, was nicht nur vielleicht der nächste Startpunkt war, sondern vielleicht, wo wir dann auch am Ende des Jahres schon rausgekommen sind. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Kommen Sie hier vor Ort gerne auf mich direkt zu. Gerne auch digital über die klassischen Kontaktmöglichkeiten. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen. Ja, vielen, vielen Dank, Andreas. Lass mich kurz zusammenfassen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Der Begriff Mitmachen ist oft gefallen. Ja, Mitmachen heißt im Endeffekt, das mit Ihnen gemeinsam zu gestalten. Und das, wie ja Andreas richtig gesagt hat, hat sehr viel Erfahrung gebracht, nämlich positive. Und der zweite Punkt zurück auf das, was Sie im Autohandel oft hören, zum Thema aktuelles Online-Kaufangebot. Es ist ja nichts besser als testen. Deshalb setzen Sie sich in die Probefahrt mit Online-Kauf. Der Enge und sein Team würden sich freuen, um Sie auch davon zu begeistern, dass Sie den ersten weiteren Schritt im digitalen Re-Tail mit uns gehen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke sehr.